Musik Da kann ich noch nichts machen. Ja, wurde leider nach Hause geschickt, aber wollte ich meinen neuen Gummimasken zeigen. Oh, das tut mir leid. Oh no, Mist, ich darf die nicht sprengen, okay. Wenn jeder 250 Euro dafür bezahlt, freut sich die Stadt. Ja, dann können sie vielleicht endlich den Flughafen fertig bauen. Verdammt, Mann! Der Ort ist zu öffentlich. Besser, wir gehen leise rein. Gut. Was natürlich super ist, wo kaum einer fliegen kann. Ja. Seh ich genauso, Vashti, seh ich genauso. Mist! Zu langsam. Zu langsam. Ich liebe es. Hoffentlich passiert das mir nicht mit Valhalla. Oh doch, wird es. Wenn dir das gefällt, dann gefallen dir die anderen, neueren Teile auch. Und Valhalla geht genau in diese Richtung wieder. Was? Hamburg ist voll schön. Besser ist das, viel zu teuer. Ich befürchte es. Ich liebe ja Wikinger und prächtige Männerpopus. Ja, die wirst du da zu sehen kriegen. Was ist der denn? Kann hier denn keiner was springen? Ja, die wirst du da. Mal gucken, reagieren die da drauf, wenn ich hier draußen einen Köder hinschmeiße? Ja, okay, reagieren da drauf. Nummer eins. Valhalla, ich werde mir... Oh ja. Ja, Valhalla, ich freue mich so krass drauf. Äh, muss man ja auch nicht. Also ich finde, man muss sich nicht jedes Spiel holen. Überhaupt nicht. War mal überlegen, aber zahl ich keinen Vollpreis für. Deswegen, wartet lieber ab zwei, drei Wochen später ist es dann nämlich nicht mehr so teuer. Schatze. Schöne neue Auto. No, 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 no. Oh, das war dumm, das war dumm, das war dumm. Ja, ich war nicht schnell genug. Loll! Das gibt's doch nicht. Trenn dich! Fahr! Guck mal, von hinten sieht der gar nicht so schlimm aus, ne? Geh weg. Das sieht doch gar nicht so schlimm aus, das Auto. Das ist doch nicht so schlimm aus. Notrufzentrale, worum geht es bitte? Jemand schießt hier, bitte schicken Sie Hilfe! Mr Crispin, ich werde nicht um den heißen Brei reden, wie meine Knie verhauen. Alle Einheiten aufgefasst, er lässt sich jetzt die US der Lachen nicht schießen. Was Sie mit den Mädchen machen, das geht mir nicht dran, wenn Sie außer Lande sind. Aber hier in Chicago, dürfen Sie mit der Queen nicht in Gefahr bringen. Alle Einheiten, die die Waffe-Gangler eröffnet, wurden zufällig verlinkt und übermittelt. Fragen Sie nach Poppy Special. Ich soll ein reiches Unterstückung rummachen. Alter, flog gerade ein Polizeiauto. Ich habe die Versorgung aufgenommen. Da flog gerade ein Polizeiauto. Ich... Warte, ich lese es gleich. Ah, was mache ich denn? Warte, ich lese es gleich. Sorry! Ich persönlich, die Waffe-Gangs-P modestID aus. Eine Hochleistung-Patrouille ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Ich schaue die Dinge. Weeuu. Ich bin mit dem Motorrad. Mit dem Heli kann ich nichts machen, warum? Ey! Ich habe den nicht gesehen, weil ich gerade auf die Minimap geguckt habe. Scheiße! So, äh, äh, ähm, was? Wassermarsch, äh, ja, Sekunde. Immer nachkippen. So, und was habt ihr jetzt geschrieben? Also, ba, 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 ba. Äh, dieses Jahr Dezember wird übel, äh, sprach der Dübel. Oh, David, der war sch... der, der, der war gut. Flach, aber gut. Äh, ich rauche nicht mehr. Es gibt Weihnachtsgeld, AMD kommt mit Grafik und CPU. Hm. Mir juckt es in den Fingern wegen den... Was wegen dem G9? Jetzt der Media Markt auf... Huh. Die Borger auch schon länger mit dem 24er-Kern Fred Ripper, der Boden... Please. Okay, äh, da, 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 da. Jetzt einmal das Wassermarsch. Kannst du Frisbee mitspielen? Oh Gott. Ja, die Collectors Edition, aber noch nicht das Spiel. Das kommt erst Donnerstag. Hm, ich habe schon mit einem Ultra-White gezockt. Äh, mir ist das zu breit. Dafür sitze ich zu dicht dran. Ich glaube, für mich würde ein Ultra-White auch nicht funktionieren. Zum Zocken. So, zum Arbeiten ist es geil, aber zum Zocken, m-m. Es sterben mehr Leute an einem Tag an Schniekes Fahrkünstler als ein Verbrechen. Ja. Äh, kein Wunder, wo die Polizei hinterher ist. Ach komm, so schlimm war das jetzt nicht. Oh, warte. Ich nehme ein neues Motorrad, ne? So. Neu ist immer besser. Wer hat das gesagt, ne? Nein! Was? Äh, äh. 2.873 Leute tot, Lara. Ach so schlimm war das doch nicht. Hey, so viele waren das wirklich nicht. Und so schlimm auch nicht. In der Pest sind mehr gestorben. Jetzt fällt mir gerade auf, dass ich mich selber mit der Pest verglichen habe. Das ist vielleicht nicht unbedingt das, äh, Schlauste. Puh. Da saß keiner drauf, ist nicht schlimm. Hm. Seit wann bist du verkleidet, Aiden? Das Puppys Special. Sehr gut, Mr. Crispin. Ein besonderes Gericht extra für Sie zubereiten. Wir passen schon auf Ihre Wappen auf. Mr. Crispin, hier entlang bitte. Wo sind die zugeteilten Wachen, Sir? Wir waren zu langsam. Oh, wow. Amateurgeisterjäger, da muss ich wieder im Fassmo denken. Ja, ein Grappeller. Ich hab was, man kann nicht mal. Oh, du da. Okay. Komm mal hin, Herr Dix. Mr. Quinn wollte sicher gehen, dass Sie sich holen. In seinem Namen bieten wir Ihnen eine Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Also, du bist die Aufmerksamkeit, hm? Wie heißt du? Poppy? Ich weiß, wer du bist. Was du mit Mädchen machst. Nein, es ist nichts. Ist okay. Ich gehe. Meist du nicht! Ne! Nein! Ne... �ям! Nein! Mr. Crispin, alles zu Ihrer Zufriedenheit? Noch eine Störung und Sie sind dran. Ich werd' dir nicht. Komm einfach mit mir. Ich helfe dir. Nein! Die finden mich. Sie sagten, du bist ein Monster. Bist nicht Crystal. Oder? Mein Name ist Pierce. Ja, hallo, Hami. Willkommen beim Stream. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich habe letztens erst erwähnt, dass ich mal wieder Schnacksel-Content brauche. Nee, das ist eine Hauptmission. Lass Bobby in Ruhe. Ja. Aber nichts getan. Ja, fragwürdig würde ich das jetzt vielleicht nicht nennen. Ich würde es eher fragwürdig nennen, was ich hier halt so treibe. Warum ich sowas immer spiele. Hm. Der macht Skydiving, okay. Er mehr unterstrich, Baschur. Hier ist so einiges fragwürdig. Ja, zum Beispiel, dass du hier bist, Baschur. Und nicht gehst, obwohl hier so einiges fragwürdig ist. Ah. Meine Waffe. Hoffentlich beehren sie uns bald wieder. Puh. Äh, 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 ähm. Tu mir im Gefallen. Ich muss Poppy aus dem Laden raus holen. Ruf den Club an. Gib dich als Crispins Assistentin aus. Sag, dass ich wünsche, dass mir Poppy bei der Auktion geliefert wird. Ja, okay. Sie wird da sein. Der Lacherburnt, ja. Hallo, Ray. Im Namen der Wissenschaft. Ja, stimmt. Ich bin zu Forschungszwecken hier. Ich weiß, ich war ja das Versuchskaninchen. Ähm, Ray, die Frage des Tages für heute ist, was tust du, wenn du wütend bist? Bevor ich das aber mache, werde ich hier ganz kurz mal eine Pause einlegen, weil ich muss nämlich schon mal Wasser weg. Ich bin zuerst, wenn du wütend bist.